Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 552. Mein Name ist René, außerdem heute mal wieder mit dabei der Herr Basti. Ciao, 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 ciao. Und wir haben heute mal wieder einen Gast, nämlich den lieben Sean, Freund der Sendung. Hi Sean. Ja, liebe Grüße an alle, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, Sean sagt, er hat intensiven Redebedarf und deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Mal gucken, was das gleich bedeutet, wenn er sagt intensiven Redebedarf und wie viele Stunden Überzeit diese Sendung haben wird. Mal gucken, wir werden es dann gleich erfahren. Natürlich steigen wir wie immer ein mit ein bisschen Hausmitteilung, weil wie ihr ja wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns supporten finanziell, aber auch mit Kommentaren, Weiterempfehlungen, etc., damit wir hier Woche für Woche auch nach 13 Unentschieden noch über die Eintracht reden können und wollen. Und ja, diese Woche geht der Dank stellvertretend für alle, die uns unterstützen, raus an Steffen und seinen Sohn, die uns eine kleine Spende haben zukommen lassen. Genauer gesagt, eigentlich explizit Marvin dafür, dass er sich Audio-Equipment kauft. Wir werden das mit ihm intensiv verhandeln in nächster Zeit. So, und ja, jetzt reden wir mal ein bisschen über Fußball. Die Eintracht hat am Wochenende, wie sollte es auch anders sein, mal wieder unentschieden gespielt. Tatsächlich, so besagen es die Statistiken, ein besseres Unentschieden. Hat damit zumindest klargemacht, dass sie im nächsten Jahr in irgendeinem europäischen Wettbewerb spielen kann. Hat sich aber noch nicht festlegen wollen, man könnte auch sagen, sie war unentschieden, in welchem Wettbewerb sie am Ende des Tages spielen will. Bevor wir Sean hier mehrere Minuten das Wort geben, frage ich dich, Basti, wie geht es dir jetzt am Dienstag nach diesem Spiel? Ich bin immer noch ein bisschen genervt und verwundert, weil ich so die ganze Saison ja schon diese Ambivalenz in mir trage. Wie bewertet man die ganze Geschichte? Die Eintracht spielt ständig unentschieden, jetzt spielt sie schon wieder unentschieden. Und die ganze Saison war es ja auch so, dass ich das Gefühl hatte, okay, viele Leute sehen das alles positiver als ich. Und dann fängt man an, sich selbst zu reflektieren. Liegt das vielleicht an der persönlichen Stimmung? Ist man vielleicht gerade nicht so gut drauf und überträgt das auf die Eintracht? Und ist da vielleicht gar nicht so in der klaren Analyse drin? Aber ehrlich gesagt, auch am 33. Spieltag kann ich noch nicht die komplette Freude teilen, die in Teilen ja scheinbar herrscht über dieses Unentschieden. Ich war ehrlich gesagt sauer, ich bin es auch immer noch, weil die Chance wäre locker da gewesen, diesen Platz sechs, auf dem man ja schon gefühlt die ganze Saison steht, endlich fix zu machen. Und das war nicht die erste Chance, die man hatte, um das ein bisschen wasserdichter zu machen. Und erneut haben die es nicht geschafft und ich verstehe es nicht. Also ich glaube, ich verstehe es halt einfach noch nicht. Vielleicht begreife ich irgendwas nicht, aber ich verstehe nicht, wie man diese Chance nicht nutzen konnte, weil Gladbach an dem Tag bis auf einzelne Sequenzen in diesem Spiel wirklich, wirklich, wirklich nicht überragend gespielt hat. Und auf der Rückrundentabelle auch auf Platz 17 steht. Also erneut so ein Spiel, wo du denkst, jo Leute, man muss nicht 2-2 in Darmstadt spielen und man muss auch nicht 1-1 in Gladbach spielen. Wenn man diese Ambitionen hat, die man hat, wenn man auch das Geld ausgibt, was man ausgibt, darf man nie vergessen in dieser Saison. Und ich verstehe nicht, dass das danach nicht Thema war, dass man vielleicht sich ärgert, sondern dass man eher das Gefühl hat, okay geil, Eintracht ist sicher in Europa, aber ja, dieses Europa kann halt noch die Conference League sein und ich sage, wenn die Eintracht dieses Jahr die Conference League erreicht, dann ist das eine verlorene Saison und das ist immer noch möglich am letzten Spieltag, obwohl man viele Möglichkeiten gehabt hat, das anders zu gestalten. Reicht dir das? Das reicht mir und es deckt sich tatsächlich auch mit meinem Bild. Ich war ja auch einer der Menschen, die über die Saison hinweg gesagt haben, man soll das alles nicht so negativ sein und das ist im Umbruchjahr und in der Entwicklung und so weiter. Und ich sage mal, wenn man dieses Unentschieden solitär betrachten würde, dann wäre es auch weiterhin für mich in Ordnung und ich kann auch akzeptieren, dass wir im Vergleich zu vergangenen Jahren nicht verloren haben, sondern dass wir Unentschieden spielen. Aber wenn man das halt in dem Kontext sieht, und man muss es ja in diesem Kontext sehen, dass Freiburg es nicht geschafft hat, gegen Heidenheim die Punkte zu holen und du halt wirklich einfach diese Tür irgendwie weit offen hattest und du hättest durchgehen müssen eigentlich, du dich aber in diesen Türrahmen stellst und drauf wartest, bis dir einen Tag später Hoffenheim diese Tür halt einfach volle Granate ins Gesicht pfeffert, das verstehe ich halt auch nicht. Also langsam bin ich auch an dem Punkt angekommen, wo ich mehr genervt und sauer bin als anders. Aber wer, glaube ich, ganz sauer ist, ist der liebe Sean. Bevor du gleich über die komplette Saison einmal herziehen kannst, was du ja im Vorgespräch kurz so ein bisschen angedeutet hast, vielleicht auf dieses Spiel bezogen und deine Stimmung danach. Wenn du jetzt nur mal auf dieses Gladbach-Spiel schaust, kannst du die Freude der Eintracht, dass man Europa erreicht hat, nachvollziehen oder bist du eher so Lager-Basti und sagst, ihr Pappnasen, warum habt ihr es nicht richtig gemacht? Also ich glaube tatsächlich, dass ich noch ein Lager unter Basti bin. Ach, du ahnst das nicht. Ja, also ich muss von vornherein sagen, ich bin, guck mal, ich bin seit 33 Jahren Eintracht-Fan und wir wissen ja alle, es gab sehr, sehr, sehr lange, große, anhaltende Phasen, wo es halt echt nicht gut lief für die Eintracht. So Aufstieg, Abstieg, immer untenrum krebsen etc. Aber trotzdem hat die Eintracht mich emotional nie verloren. Und diese Saison war das allererste Mal, wo ich mich nicht abgeholt gefühlt habe von meinem Traumverein. Und das muss man halt erstmal schaffen. Also wenn du schon gewohnt bist, wirklich, das ist jetzt abgesehen von den letzten Jahren, dass man eher mit negativen Situationen konfrontiert wird, als es jetzt gute Situationen sind. Aber selbst da habe ich mich nicht schlecht gefühlt als Eintracht-Fan. Aber diese Saison, um jetzt auch auf deine Frage einzugehen, war es so, dass ich noch nicht mal Lust hatte auf das Spiel gegen Gladbach, weil mir einfach die Lust gefehlt hat, die Eintracht spielen zu sehen. Und dann wieder dieses in Anführungszeichen Schöngerede, aber auch die Blindheit von, ja, haben wir es eigentlich verdient, nächste Saison international zu spielen? Also ich war selber Leistungssportler, natürlich jetzt nicht auf dem Level wie unsere Eintracht-Jungs etc. Aber ich dachte immer, dass man als Leistungssportler auch den Anspruch hat, sich gewisse Platzierungen und Erfolge zu verdienen. Und selbst wenn wir nächste Saison international spielen und nicht in der Conference League sind, sondern halt in, ja, eine Stufe drüber, wir haben es uns einfach nicht verdient. So und ich glaube und ich, wie gesagt, ich kann es natürlich nicht zu 100% sagen, ich kann nicht in die Köpfe aller Menschen reinschauen, aber wenn ich es so lese von dem Fan-Feedback, was man in Foren etc. liest, so der Ton hat sich von vielen Menschen, die immer noch positiv gedacht haben in den letzten Monaten, jetzt schon in, ja, Realismus, beziehungsweise im Angekommen, in hier und jetzt gewandelt, dass man halt wirklich erkennt von wegen, dass es halt echt eine beschissene Saison der Fall ist. Und ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich mir ganz, 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 ganz große Sorgen um die Eintracht mache. Und ich hoffe, ich kriege gleich noch irgendwann im Laufe der Sendung zwei, drei Minütchen Zeit, um zu erklären, wieso, weshalb, warum, ja, bei mir die Alarmglocken seit Anfang der Saison schon, ja, auf Tarif fast leer sind, weil sie so viel am Dingeln sind. Ja, ich glaube, den Punkt, den du ansprichst, der ist durchaus wichtig und wir hatten es ja hier in einer der vergangenen Folgen auch schon angesprochen. Und wenn ich mir auch die Entwicklung unserer Hörerinnen-Zahlen anschaue, dann ist das einfach, glaube ich, ein Thema generell. Viele Leute, und das ist ja auch das, was Basti immer wieder über die Saison hinweg sagt und was du ja jetzt auch bestätigst, haben halt irgendwie keinen Zugang zu dieser Saison und zu dieser Art und Weise, wie diese Saison abläuft, gefunden. Sondern viele Leute werden mit Sicherheit einfach noch diese Eintracht-Spiele gucken, aber diese Art und Weise, wie man das in der Vergangenheit hatte, dass man sich dann unter der Woche verschiedene Dinge durchgelesen hat, irgendwelche Beiträge, irgendwelche Sendungen, über die Eintracht geguckt hat, habe ich so das Gefühl, das lässt einfach immer mehr nach, weil man irgendwo keine emotionalen Ankerpunkte in dieser Saison hatte, sondern sie plätschert halt irgendwie so dahin. Genauso wie der Rest der Bundesliga auch irgendwie dahin plätschert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema und das muss die Eintracht auch erkennen und muss das auch in der künftigen Saison abstellen oder was tun. Basti, du willst was sagen, habe ich das Gefühl. Ja, wenn ich euch bei dir zu reden höre, habe ich fast schon wieder so den Impuls, euch ein bisschen zu bremsen. Nein. Zu dieser Saison gehört halt auch, dass wir Sechser sind und dass wir Spieler haben, die Riesenpotenzial haben und dass wir immer mal gesagt haben, ja, wenn man mal so eine ruhige Saison hat, ist vielleicht auch ganz gut, dann kann man im Jahr drauf wieder angreifen. Vielleicht ist das diese Saison. Vielleicht hält man das gar nicht aus, was man selber vorher vielleicht, ja, als locker angesehen hat. Weil ich halte trotzdem fest, die Eintracht ist auch nicht abgestürzt. Also du kannst auch, siehe Gladbach, mit guten Kadern auch abstürzen und kannst Trainer wieder wechseln und so weiter. Also die Eintracht ist zumindest die Saison ruhig geblieben. Das finde ich gut, weil die Unruhe war schon sehr, sehr groß. Und vielleicht ist sie, nochmal, das ist keine Bewertung, dass die Unruhe nicht zu Recht da ist. Aber trotzdem muss man sagen, es hätte auch ein Worst Case gegeben in dieser Saison und der ist halt auch nicht eingetreten. Sportlich vollkommen fein. Also da stimme ich auch schon nicht zu. Ich glaube schon, dass wir es verdient haben, zum gewissen Grad dann im nächsten Jahr international zu spielen. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, die anderen waren ja jetzt auch nicht besser. Also, wie Basti gesagt hat, wir stehen seit dem 15. Spieltag auf Platz 6. Wir haben in der Saison 13 unentschieden gespielt. Es hätte mehr als genug Möglichkeiten gegeben, an der Eintracht vorbeizuziehen. Die anderen waren ja jetzt auch nicht cleverer oder besser. Und am Ende hat es derjenige verdient, international zu spielen, der auf einem Tabellenplatz am Ende der Saison steht, der es ihm das ermöglicht hat. Lass mich noch eine Sache euch zur Relativierung mitgeben. Ich glaube, das Gefühl, was du beschrieben hast, René, das teile ich. Das ist bei mir auch so. Aber ich weiß auch nicht, ob das zu 100 Prozent nur an der Eintracht liegt oder auch einfach an diesen Jahren liegt. Vielleicht sind diese ganzen Jahre auch so rauschhaft gewesen, dass es normal ist, dass man jetzt so einen kleinen Hangover hat. Und für einen Hangover ist die Saison dann auch okay. Dass du sagst, okay, ganz ehrlich, dann haben wir jetzt mal ein Hangover, weil der Hangover bei Union Berlin zum Beispiel, der ist, glaube ich, größer, was diesen Absturz betrifft. Aber das war es auch schon, weil ansonsten bin ich bei euch. Ich wollte nur so ein bisschen das ausbalancieren, weil ich sonst auch Gefahr laufe, mich mit euch in den Rausch zu reden, weil am Ende hast du die Saison halt auch viel, 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 viel verbaselt. Und für mich ist der Hauptteil, was das betrifft, die Kommunikation, die stört mich von Spieltag 1 an. Und die hat mich die ganze Zeit gestört, weil das auch dazu beigetragen hat, dass man keinen Zugang zu dieser Saison findet. Und ich finde, das kann man jetzt am 33. Spieltag auch festhalten. Weil ganz ehrlich, wir nehmen eine Folge auf vor dem letzten Spieltag. Die Eintracht hat alle Möglichkeiten, sich für die Champions League oder für die Europa League zu qualifizieren. Und trotzdem meckern wir hier rum. Und da muss man schon ergründen, warum das so ist. Und ich glaube, dass diese Ergründung sehr, sehr komplex ist und die aus vielen, vielen einzelnen Dingen besteht, weil ich merke halt, dass ich damit nicht alleine bin. Und ich kann es nicht auf mich schieben und sagen, ja gut, ich bin momentan eher so ein bisschen Durchhängermäßig, bla bla, bla. Da würde ich übrigens gleich super gerne einsteigen, wenn du fertig bist. Bitte, steig genau da ein. Ja. Steig mal. Ja, also von vornherein. Glaubt es mir, auch wenn das jetzt nicht so rüberkommt, ich bin vom Naturell eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch und es fällt mir sogar schwer, ja, so negativ über gewisse Dinge zu sprechen. Aber ich bin halt auch ein Fan davon, so die Dinge auszusprechen, so wie ich sie halt empfinde. Und der Grund, weswegen ich halt zum Beispiel gesagt habe, dass ich wirklich Angst um die Eintracht in der Zukunft habe und ich versuche es wirklich so kurz, wie ich es irgendwie hinbekomme, zu sagen, die Eintracht hat sich in den letzten Jahren etwas erarbeitet, was uns Möglichkeiten gegeben hat, die normalerweise unmöglich sind. So, wir haben, und das denke ich, könnt ihr auch bestätigen, uns einen Ruf erarbeitet, nicht nur, dass wir Spieler weiterentwickeln können, wir haben uns den Ruf als einen sexy Verein erarbeitet, der international funktioniert, der in der Bundesliga funktioniert, der uns Tore geöffnet hat, um a, populärer zu werden als Verein, aber auch eine Adresse für Spieler zu sein, die vor sechs, sieben Jahren noch nicht mal den Telefonhörer abgehoben hätten, wenn jemand von uns angerufen hat. Und siehe da, die Spieler, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zu uns bekommen haben, wo wir in der Lage waren, andere Vereine mit wesentlich besseren Möglichkeiten auszustechen, das ist das Resultat der guten Arbeit, die in den letzten Jahren passiert ist. So, und wir haben in dieser Saison einen riesen Rückschritt gemacht und da widerspreche ich dir, Basti, von wegen dieses Umbruchjahr und so weiter. Versteht mich nicht falsch, natürlich sind wir jetzt in den letzten Jahren echt auf einer großen Erfolgswelle geritten und dass sowas nicht immer funktionieren kann, ist mir total klar. Was mir aber auch klar ist und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Trainer, die wir zuvor hatten, auch einen großen Umbruch zu bewältigen hatten und die haben es aber in der ersten Saison hinbekommen. Und die haben es auch in der ersten Saison hinbekommen, uns Zuschauer mitzunehmen. Und die haben es aber auch hinbekommen, in der ersten Saison diverse, und wir reden jetzt hier nicht von ein, zwei Spielern, sondern diverse Spieler weiterzuentwickeln und aufs nächste Level zu bekommen. Die Handschrift des Trainers war erkennbar. Und ich kenne Dino Topmöller nicht persönlich so und ich habe gegen ihn als Privatmensch auch absolut nichts, weil ich kann es nicht beurteilen. Aber das war jetzt das allererste Mal in den letzten, keine Ahnung, sieben Jahren, wo ich bei der Verkündung des Trainers sofort gedacht habe, ach du Scheiße. So, weil jeder Trainer, den wir in den letzten Jahren hatten und ich hoffe, dass jetzt keiner denkt, von wegen ich habe die Weißheit mit Löffeln gefressen, das ist einfach nur, wie ich es halt empfinde. Jeder Trainer, den wir in den letzten Jahren hatten, hatte zumindest ein, zwei Qualitäten, die wirklich überdurchschnittlich gut waren. Sei es jetzt, ob es strategisch war, ob es die fußballerische Ausrichtung war, ob es die Disziplin war, ob es die Autorität war. Es war immer etwas da, wo ich mir als Fan sofort erklären konnte, warum das mit denen funktioniert. So, und ich konnte mir sofort vorstellen, dass, wenn die Spieler mit diesem Trainer in der Kabine sind, warum die für den sich den Arsch aufreißen. So, ich konnte es sofort verstehen. Ich habe mir die Menschen angeguckt, die Persönlichkeiten, die Körpersprache etc. Es war für mich von sofort nachvollziehbar. Obwohl ich halt einen Adi Hütter nicht kannte, obwohl ich einen Glasner auch nicht kannte, beziehungsweise dann erst durch Wolfsburg kennengelernt habe. Aber ich konnte sofort sehen, warum das funktionieren kann. Bei Topmöller habe ich mir sofort in die Hose geschifft, weil ich gedacht habe, scheiße, alleine die Körpersprache, die dieser Mensch mitbringt, sehe ich schon als nicht-Hop-Erstliga-Level. So, und wenn ich mir... Ein Schlüsselerlebnis, was ich hatte, waren die ersten zwei Pressekonferenzen, die er gegeben hat. Klar, jeder Mensch darf nervös sein, jetzt ein neuer Cheftrainer etc. Aber ich habe da halt schon für mich erkannt, von wegen, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Und ich finde, die Eintracht war sehr geduldig, indem man ihm jetzt wirklich dieses eine Jahr gegeben hat und ihm auch wirklich den Rücken gestärkt hat und ihn nicht in Frage gestellt hat in der Öffentlichkeit. Aber ich bin auch der Meinung, mit dem Kader, und ja, viele junge, talentierte Spieler, aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, hätten wir einen wirklich High-Potential-Coach gehabt, wie es in Glasner war zum Beispiel. Die Saison wäre eine andere gewesen und wir dürfen nicht, nur weil andere es noch schlechter machen als wir, ist das keine Entschuldigung, warum wir dann da mitziehen müssen. Sondern wir sollten als Eintracht Frankfurt auf uns gucken, auf unsere Möglichkeiten und gucken, was für uns möglich ist. Nicht mit den anderen vergleichen. Und wir haben weder das Maximum noch das Mögliche aus unseren Möglichkeiten rausgeholt. Wir haben nicht genügend Spieler weiterentwickelt, was theoretisch machbar gewesen wäre. Und, das muss man halt auch sagen, wir haben ganz, 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 ganz viele Fans einfach verloren. Und gerade wir als Eintracht Frankfurt wissen ja, wie wichtig die Fans für den Erfolg des Vereins sind. und da, finde ich, ist eine ganze Menge falsch gelaufen. Und so gar nicht Krösche auch habe, ich bin noch gleich fertig, für viele Dinge, die er wirklich sehr, sehr, sehr gut macht, in meinen Augen ist das, was er gerade macht, sprich, sich nicht einzugestehen, dass Top-Müller halt nicht der Richtige ist, was ja auch passieren kann, Fehler passieren. Aber dass er es nicht eingestehen kann und sagt, er geht mit ihm in die nächste Saison, ist für mich ein Riesenfehler, weil wir diesen Sexy-Status verlieren und auch nicht mehr, also ganz, ganz schnell, der Markt ist schnelllebig, ganz, ganz schnell auch nicht mehr die Adresse sind, wo junge Spieler halt hin möchten, weil sie eben sehen von wegen, hey, da kann ich mich perfekt entwickeln. Sorry für diesen langen Text, aber ich habe das monatelang aufgestaut und es musste raus. Ich wohne nicht in Frankfurt, ich habe sonst keinen, mit dem ich reden kann. Danke fürs Zuhören. Ich finde es ehrlich gesagt interessant, weil so diesen ersten Part von deiner Ausführung, den fühle ich komplett, weil das war das, was am Anfang der Saison mich wahnsinnig gemacht hat. Sodass die Eintracht fahrlässig mit der Situation umgegangen ist, zu denken, ey, wir sind jetzt hier außerplanmäßig in den letzten Jahren an so viel Cash gekommen, an so viel Prestige auch, dass sich Türen geöffnet haben, die normalerweise zugeblieben wären. Da bin ich vollkommen bei dir. Und mich hat dann diese Moani-Geschichte da schon geärgert, weil das für mich so eine Fahrlässigkeit gezeigt hat, in dieser chaotischen Planung, ob die jetzt komplett selbstverschuldet ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil im Endeffekt hast du Dinge zugelassen, die passiert sind. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, das ist vom lieben Gott gekommen, sondern Teil dieser Planung war, dass du mit Mammouche und dem Gang kam, in die Hinrunde gehst. Und ich habe das schon wirklich als fahrlässig empfunden, die ganze Zeit. Ich habe da jetzt in den letzten Wochen nicht viel darüber gesprochen, weil wir andere Themen hatten oder weil ich auch nicht immer das gleiche erzählen will, aber wenn wir schon weiter ausholen, dann teile ich dein Gefühl. Weil für einen Verein wie Eintracht Frankfurt, und das sieht man nochmal, am besten Beispiel Gladbach, ist es nicht selbstverständlich, in diesen Sphären zu sein, weil es trotzdem Leute gibt, die viel mehr Möglichkeiten haben als du. Und du gehörst eigentlich jetzt von Natur aus nicht unbedingt dahin, du bist aber drin. Und ich finde, dass man fahrlässig mit der Situation umgegangen ist, dass man irgendwie so einen Vibe hatte zu sagen, ja, das ist jetzt nicht optimal, das ist jetzt nicht optimal, das ist vielleicht auch nicht optimal, plus wir holen noch einen neuen Trainer dazu. Also es waren sehr viele Gambles auf einmal für einen Verein, der diese Stabilität gar nicht hat. Weil du kannst als Eintracht das gar nicht irgendwie so aufbauen, dass du sagst, ja, ja, dann wenn nicht, machen wir halt nächstes Jahr. Das kann der VfL Wolfsburg machen, weil der weiß, der wird nächstes Jahr wieder genauso viel Geld haben. Das konnte Leverkusen all die Jahre machen, weil die trotzdem irgendwie finanziell nicht abrutschen werden. Das kann Hoffenheim jedes Jahr machen, Leipzig kann das sowieso machen. Aber die Eintracht nicht. Die Eintracht ist immer on the verge, immer on the edge, immer hier zu denken, boah, das kann auch ganz schnell wieder Richtung Platz 10 gehen, wenn du drei, vier falsche Entscheidungen triffst. Und das Bewusstsein hat mir im Sommer auch gefehlt mit der Summe der Entscheidungen. Weil wenn du einen neuen Trainer holst, der so jung ist und ich gebe dir 1000 Prozent recht, was das Charisma von Topmeller betrifft, so. Das ist ein Gamble. Das kann er vielleicht als Mensch hat das meiner Meinung nach sowieso nicht. Das kannst du ausgleichen, indem du dann erfolgreich wirst. So, das ist ein Gamble. Also wenn du einen jungen Trainer, der taktisch meiner Meinung nach schon was auf dem Kasten hat, wenn du den zu Eintracht Frankfurt bringst, wenn, und das ist wirklich gesagt ein Wenn, dann musst du ihm aber auch einen funktionierenden, kompletten Kader hinstellen. Du kannst nicht beides machen. Und das hat die Eintracht dieses Jahr gemacht. Er hat beides gemacht. Er hat einen jungen Trainer reingeworfen in eine Mannschaft, wo wirklich auch noch Schwachstellen war und ganz nochmal, ich will wiederholen, um Topmeller zumindest in dem Punkt zu verteidigen. Der Typ musste eine komplette Hinrunde spielen mit Mamouche und den Gang kam im Sturm als Eintracht Frankfurt mit den Möglichkeiten, die man hatte. Ja, und an dem Punkt würde ich halt auch gerne reingehen und das unterstützen, was du sagst, Basti. Also ich verstehe erst mal schon deinen Ansatz und deine Wut oder dein, ja, ich glaube Wut ist das richtige Wort. Was mich halt in dieser ganzen Thematik stört, generell, also jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern generell in der Kommunikation in vielen Stellen ist, dass da sehr einseitig, finde ich, auf diesen Trainer eingeschlagen wird. Weil wie Basti ja meiner Meinung nach zu Recht sagt, sind da Entscheidungen getroffen worden, unter anderem halt eben zu sagen, ich packe einen jungen, nicht so erfahrenen und vielleicht auch nicht vor Emotionalität sprühenden Menschen in ein sehr emotionales Umfeld. Diese Entscheidung ist ja auch von irgendjemandem getroffen worden. Genauso auch wie Basti ausgeführt hat, diese Entscheidung, wann wird ein Moani-Transfer fix gemacht und was mache ich dann hintendran noch? Da hat der Trainer mit Sicherheit auch seinen Part, aber da gehören halt auch andere Leute dazu. Auch, was ich ja immer wieder an Kommentaren gehört habe, ist, dass man diese Pressekonferenzen von Top Müller fürchterlich findet. Ja, auch da muss man sagen, ja, er wird da hingeschickt, aber man kann ihm ja auch so ein bisschen helfen, man kann ihm ja, es gibt ja Trainingsmöglichkeiten, wie man kommunizieren kann, man kann das Umfeld da auch irgendwie anders da instrumentalisieren. Also, da wird sehr einseitig auf diesen Trainer eingeschlagen, aber da sind ja auch noch andere Leute, die auch in diesen ganzen Entscheidungen, die uns an diesen Platz, wo wir heute stehen, am 33. Spieltag, wo wir irgendwie drum zittern müssen, ob wir am Spieltag später noch auf Platz 6 stehen oder nicht, die da ja auch irgendwie mit drin hängen und die kommen mir in dieser ganzen Kritisiererei ein bisschen zu kurz, weil die haben da auch ihre Entscheidungen getroffen und die fahren jetzt meiner Meinung nach ein sehr massives Arschrettungsprogramm und kommen damit durch. Okay, dürfen wir über Krösche reden? Gerne. Ja, also, ich finde, er hat viel gut gemacht. Ja, also, er ist in meinen Augen jetzt keiner, wo ich sagen würde, von wegen, das ist eine Vollpfeife oder sonst irgendwas, sondern, ich finde, für sein junges Alter, ich meine, er ist jetzt auch noch Anfang 40, merkt man schon, dass der Mann bei vielen Sachen weiß, was er tut. so, dass wir jetzt erneut wieder in einer Saison quasi mit einem nicht kompletten Kader starten, ist etwas, was mir auch sehr, sehr große Bauchschmerzen macht, wo ich dann immer denke, von wegen, okay, ist es nicht euer Job für alle Eventualitäten ein B-Plan, ein C-Plan, ein D-Plan, ein E-Plan zu haben, um eben so ein Szenario, wie es jetzt wiederholt in dieser Saison war, um sowas zu vermeiden. Es ist definitiv so, dass das Kröschel bei mir auch in dieser Saison an Bonuspunkten verloren hat, eben aufgrund diverser Entscheidungen, jetzt natürlich klar auch die Top-Mailer-Entscheidung und auch das, was Basti gesagt hat, dass er ja zu viel gambelt an zu vielen Fronten. Das ist quasi so, du hast ein Schiff und du machst an einer Seite ein Loch rein und sagst von wegen, okay, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen, aber Kröschel macht an beiden Seiten und noch vorne und hinten und überall ein Loch rein und das ist dann halt einfach too much. So und was mich beziehungsweise was, wo ich schon am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen bei Kröschel hatte, war, dass es nicht möglich war, mit Ben Munger langfristig weiterzuarbeiten, weil ich mir gedacht habe, hey, als sehr, als selbstbewusster, smarter Business-Mensch, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der offensichtlich oder auch nachgewiesen hat, dass er einen sehr, sehr guten Job macht, auch wenn die Arbeitswege vielleicht anders sind, eine gute Führungskraft findet einen Weg, wie man koexistieren kann und trotzdem noch diese nachweislich gute Person behalten kann und nutzen kann. So und als man sich dann getrennt hat, habe ich schon gedacht von wegen, ah, finde ich ehrlich gesagt nicht so schlau. Dann hat er aber sehr, sehr viele Gutes gemacht, also er hat sehr, sehr, sehr gute Spieler rübergeholt, hier Spieler, die natürlich auch einen massiven Marktwert irgendwann erreicht haben und auch Verkäufe gemacht, wo wir als Eintracht Frankfurt in den letzten 20, 30 Jahren immer gestruggelt hatten. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber lass es in den 90ern oder in den 2000ern gewesen sein, ich habe mich immer darüber geärgert, warum wir es nie geschafft haben, hohe Transfererlöse zu erzielen, weil wir selbst gute Spieler immer quasi verschenkt haben, mehr oder weniger. So und seit Freddy Bobic, dann wo die ersten wirklich großen Deals passiert sind, finde ich, hat Markus Kröscher das Ganze noch mal auf eine Ebene höher gehoben und er hat wirklich viele Dinge gemacht, die uns als Verein gut getan haben und die uns weitergebracht haben. Aber, wenn es um die Komplettierung eines Kaders geht, hat er es bis jetzt noch kein einziges Mal geschafft, wo ich als Fan sage von wegen, okay, der Kader ist wirklich komplett abgeschmeckt und offenbart keine offensichtliche Schwäche. So und ja, ich frage mich beziehungsweise ich habe anfangs gedacht von wegen, okay, Krösch fährt wahrscheinlich die Strategie, okay, ich versuche alles so gut hinzubekommen wie möglich und nehme dann in Kauf, dass ich ein, zwei Positionen nicht besetze, dafür mache ich die anderen Positionen aber 1a. Aber mittlerweile glaube ich tatsächlich und wie gesagt, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich hier gerade absoluten Mist laber, aber ich habe das Gefühl, dass Kröschel vielleicht viel zu viel selber und alleine machen will, dass er bei gewissen Aufgaben einfach nicht hinterherkommt und weswegen wir am Ende immer Löcher haben. Ja, also das Gefühl setzt sich bei mir auch durch, nicht aus dem Punkt zu sagen, er will zu viel alleine machen, sondern er will halt derjenige sein, der am Ende des Tages entscheidet und der halt auch da quasi derjenige ist, der den Ton angibt. Also ich, bei dem Punkt, was du gerade beschrieben hast, in der Vergangenheit haben wir eben viel das Thema auch gemacht, Spieler halt eben quasi für den sportlichen Erfolg dann lieber den Spieler bis zum Ende des Vertrages zu halten und dann das Risiko einzugehen, halt eben keine, keine Kohle zu bekommen und jetzt sind wir eher auch an der Stelle durch die Transformation, durch das die Variante eher ist, ich hole junge Spieler mit einem gewissen Potenzial, hoffe, dass das der sportliche Erfolg sich einstellt und veräußere sie dann eher mit Gewinn, also wir sind eher weg von diesem Fokus auf den sportlichen Erfolg, sondern wir machen halt das, was wir halt brauchen und ansonsten ist der Fokus eher auf Gewinnerzielung. Ich finde, wir haben das Pendel zu sehr von der einen auf die andere Seite ausschlagen lassen. Ich finde, das alles, was du hier ansprichst, zeigt so ein bisschen, was wolltest du sagen, sorry? Ne, mach du ruhig, ich warte, ich war gerade schon. Was wollte ich sagen? Alles, was sie anspricht, alles, was sie anspricht, zeigt aber die Komplexität dieser Fehlersuche so ein bisschen, weil auch hier habe ich wieder Dinge im Kopf gehabt, wo ich sagen kann, ja, man kann auch an der einen oder anderen Stelle Krosche verteidigen, so, weil gewisse Dinge Eintracht Frankfurt auch machen muss, man darf jetzt nicht so tun, nur weil er einmal einen Spieler für 100 Millionen verkauft hat, dass wir jetzt plötzlich unendlich Geld haben, sondern er muss auch gucken, wo er das einsetzt. Ich finde auch, dass er gute Spieler geholt hat, dass er so ein bisschen aus diesem Ausstiegsklauselmodus rausgekommen ist. Ich finde auch, dass er es geschafft hat, an Spieler ranzugehen, wo wir vielleicht sonst nicht dran gekommen wären. Die Frage, ob es seine Schuld ist oder nicht, ist mir egal. Ich sage nur, dass Eintracht Frankfurt mit Krosche sehr erfolgreich sein könnte. Ich verstehe aber nicht, warum er sich selber dann diesen Trainer dazu geholt hat. Ja. So, weil er gibt einen unrunden Kader her, aber ganz im Ernst, mit diesem unrunden Kader musst du trotzdem diese Spiele gewinnen, weil ganz ehrlich, diese Bundesliga-Saison, im Nachhinein, hat diese Bundesliga-Saison dir unglaublich viele Möglichkeiten gegeben. Das war eine Party, wo nicht viele gut aussehende Leute waren und jetzt richtig Halligalli machen können. Hast du aber nicht gemacht. Hast du nicht gemacht und trotzdem haben wir über die ganzen Gambles gesprochen, das wollte ich jetzt ursprünglich anführen. Sean hat das mit dem Schiff verglichen. dann machst du auf die einen Seite ein Loch, dann ist vielleicht auf der anderen Seite ein Loch, was sowieso da ist, was du selber nicht gemacht hast, was aber einfach immer schon da war. Dann machst du auf die andere Seite noch ein Loch und trotzdem kommt der mit diesem Schiff ja einigermaßen gut voran. Ganz im Ernst, wenn die Eintracht sich für die Europa League qualifiziert, dann hat der den Umständen entsprechend schon mehr richtig gemacht als falsch. Nein. Nein, Basti. Doch. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Du darfst halt nicht haben, die Liga war diese Saison so schwach wie, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal so eine Saison gesehen habe und ich finde, du darfst dich halt nicht mit anderen Vereinen vergleichen, sondern du musst halt auf dich gucken und das, was deine Möglichkeiten waren. und alleine die Information, dass wir mit Topmöller wieder in die nächste Saison gehen und wenn wir dann die Doppelbelastung haben. Das würde ich abwarten. Ja, ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur gesagt wurde, um Ruhe hier reinzubringen, um wirklich dieses übergeordnete Ziel, Europapokal sicher zu machen. Ich hoffe. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch. Das heißt nicht, dass ich sage, Topmöller muss raus, weil das können wir dann auch nochmal gleich diskutieren, aber ich hoffe nicht, dass das jetzt schon feststeht, weil dafür gibt es wirklich keinen Grund. Da muss man einfach auch mal irgendwie, keine Ahnung, das in Ruhe machen, wie du es gesagt hast, der hat ja auch viel zu tun. Also das muss man in Ruhe machen, da muss man wirklich, 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 wirklich analysieren in der Tiefe auch, ob man das machen kann. Also ich gehe noch nicht davon aus, dass der Topmöller in der nächsten Saison hier ist. Das heißt nicht, dass es nicht so sein kann, aber ich weiß nicht, ob das die definitive Jobgarantie war. Das wollte ich eigentlich nur sagen, weil... Glaube ich auch nicht. Dafür ist diese... Nein, schau nicht, ich gebe dir doch recht so. Du hast diese Saison viele Chancen verpasst. Und trotzdem glaube ich, dass man sagen kann, okay, es sind trotzdem viele Dinge gesät worden, die man trotzdem noch ernten kann. Das kann es schon noch sein. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr diesen Baba-Stürmer haben mit einem Mammusch daneben plus einem Matanovic auf der Bank. Es kann alles sein, dass wir diese Dinge, die wir fordern, die kann der nächste Saison noch bereinigen. und selbst Topmöller kann dann zeigen, ob er mit einem kompletten Kader das liefern kann. Und das ist genau das Ding. Daran glaube ich halt eben nicht. Ich glaube nicht, dass Topmöller in der Lage sein wird, mit einem noch besseren Kader, dass er der richtige Mann ist, um die Eintracht nach vorne zu bringen. Ich glaube... Sollte sagen, woher das kommt? Ganz kurz. Sollte sagen, woher das kommt? Das kommt dadurch, dass man dieses Gesamtgebilde diese Saison einfach zu sehr geschädigt hat. Und dazu gehört der Trainer in allererster Linie. Weil selbst wenn Topmöller an dieser ganzen Geschichte nicht schuld ist, hast du schon gesagt, das Charisma fehlt ihm komplett. Es fehlt ihm die Erfahrung als Bundesliga-Cheftrainer. Und er hat einen unrunden Kader dahingestellt bekommen, sodass die Leute einfach von ihm jetzt genervt sind in der Summe. Alles einzeln hätte man ja ausgehalten. Unerfahrener Trainer, kein Problem, hat sich mal vercoacht, kein Ding. Langweilige Kommunikation, merkwürdige Aura, alles kein Problem. Bisschen merkwürdige Spielweise, blablabla. Aber das ist einfach zu viel auf einmal. Ja. Und das ist in der Situation, du hast ihn einfach, wenn du ihn installierst, hättest du ihm, glaube ich, nicht so einen Rocky-Weg hinlegen dürfen. Weil ich glaube, dass die Meinung von Sean, die ist, die sich bei den meisten Leuten irgendwie verfestigt hat, der würde halt schon mit einer Hypothek in die nächste Saison gehen. Und das ist genau das Ding. Deswegen, und wie gesagt, das ist nichts gegen den Menschen, die nur Top-Mailer, ich kenne ihn nicht, ist bestimmt ein ganz Lieber, so kann ich gar nichts zu sagen. So möchte ich ihm auch nicht abstreiten. Sondern ich bewerte halt nur das, was ich sehe von ihm als Fußballtrainer und das, was, was, ja, das, was seine Visitenkarte auf dem Platz ist. Und ich glaube, für die, für die Situation, in der wir uns befinden, sprich, mehrere gute Saisons nacheinander, sexy Ruf erarbeitet, guten Ruf bei, bei, bei jungen Spielern, etc. Ich glaube, um das wieder weiter zu festigen und wieder, ja, weiter zu führen, ist es wichtig, nach dieser Saison einen Cut zu machen, sich von Top-Mailer zu lösen. Ich glaube, es würde ihm auch gut tun, wenn er erstmal was, nicht unambitioniert, aber was Kleineres machen würde, um noch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln und uns jemanden zu geben, der entweder schon nachgewiesen hat, auf höherem Level, dass er es kann oder zumindest jemanden, wo du weißt, der nimmt, der nimmt die Spieler und die Fans und den Verein emotional schon mal mit, weil, ganz ehrlich, ich will gar, ich glaube nicht, dass die Trainer, die wir in den letzten Jahren, also, dass alle Trainer, die wir in den letzten Jahren hatten, die krassesten Taktik-Füchse der Welt waren, so, aber die hatten von ihrer Personality zumindest etwas, wo du weißt, wenn die in der Kabine mit dir sprechen, dann, dann, ja, dann ist halt Feuer auf dem Platz und das hast du halt auch immer gesehen und das heißt also, wir können gewisse Defizite bei einem Trainer, die ja jeder hat, ist ja menschlich, keiner ist ja perfekt, auch Glasnauer war nicht perfekt, so, aber gewisse Sachen kannst du kompensieren, wenn gewisse Attribute da sind, die überdurchschnittlich gut sind und die dich, die dich als Spieler packen und motivieren, so, und ich glaube, wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend jemanden, der wieder Feuer entfacht, bevor wir all das, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, bevor das wieder zurückfährt und wie er wieder ein ganz normaler Durchschnitts-Bundesliga-Verein wird. Ich möchte nur eine Sache ganz kurz sagen, da bin ich noch fertig. Am Anfang wurde ja gesagt, von wegen, dass wir gar nicht so nach da oben gehören in die oberen Kreise. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe, oder ich habe es vor der Saison so gesehen, dass wir uns mit dem Blick, mit dem aktuellen Blick, nicht mit dem Blick der Vergangenheit, von wegen, was vor zehn Jahren war, sondern die jüngere Vergangenheit, die letzten drei Jahre, ich glaube schon, dass wir uns erarbeitet haben, dass von Platz drei bis Platz sieben für uns alles machbar ist, je nachdem, wie die Saison für uns verläuft. So, und dass wir uns da schon ein bisschen, in Anführungszeichen, festgespielt haben, insofern, dass das nicht unrealistisch ist, sowas für uns zu erreichen. Also, wenn die Eintracht Platz vier oder Platz fünf macht, da wird, glaube ich, keiner sagen, von wegen, okay, das kann ich nicht glauben, dass wir das hinkriegen, sondern dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, von wegen, ja, das steckt bei denen drin, bei idealem Saisonverlauf. So, und ich finde, mit dieser aktuellen, mit dieser aktuellen Perspektive, mit dieser aktuellen, mit diesen aktuellen Möglichkeiten, etc., sollten wir alles tun, um da genau auf diesem Level zu bleiben und das weiterzuführen, die Arbeit und die Lehren der letzten Jahre weiterzuführen und nicht irgendwie krasse Experimente machen und das riskieren, was wir uns erarbeitet haben. Und das in dieser Saison war, wie Basti auch schon gesagt hat, das Experiment war zu groß und es ist fahrlässig, das alles aufs Spiel zu setzen, was man sich in den letzten vier, fünf Jahren ganz, ganz hart erarbeitet hat. Ja, ich verstehe, was du sagst. Für mich ist es halt, wahrscheinlich habe ich mich aber auch zu sehr in dieser Ambivalenz die Saison verloren, für mich ist das halt noch nicht definitiv. Es gibt trotzdem noch ein Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass das funktioniert, dass halt ein Verein wie Eintracht Frankfurt Moani zum Beispiel verkaufen muss, dass du einen Trainer holst, der den Spielstil umstellen soll, weil du halt auch so ein Transition-Team bist zwischen Gegenpressing, mach die halbe Liga, du musst jetzt halt, aber weil du ernster genommen wirst, halt auch andere Lösungen mit Ball finden, was wir auch nie hatten. Man darf nicht vergessen, bei einem Gejubel über Glasener, der hat es am Ende auch nicht hingekriegt, zu sagen, okay, wie spielen wir tiefstehende Gegner? Das war ja ein Learning aus dieser Saison, dass du sagst, ey, wie können wir endlich diese kleinen knacken? Wie können wir das schaffen? Also ich konnte den Gedankengang schon verstehen. Dino Topmüller hatte so eine Story mit Frankfurt, ich habe mir das am Anfang auch ein bisschen einfacher vorgestellt und das kann trotzdem, ich bleibe dabei, das könnte theoretisch noch aufgehen, aber die Wahrscheinlichkeit wird halt kleiner, weil du halt diese Saison zu viele Fehler gemacht hast. Meiner Meinung nach hast du diese Saison Glück, dass du Sechster bleibst, weil die Bundesliga so schlecht ist, aber Sean hat richtig gesagt, das kann ja niemand dir ins Zeugnis reinschreiben. Du kannst ja nicht sagen, das hast du gut gemacht, die anderen waren noch schlechter. Ja, vor allem kannst du dich halt nicht drauf verlassen, dass das nächste Saison wieder so ist, sondern du musst nächstes Jahr halt dich wieder drauf verlassen, dass du sportlich das Maximum rausholst und nicht, dass die anderen sich gegenseitig irgendwie über die Füße fallen. Ja, gleichzeitig warne aber davor zu sagen, okay, man bricht dieses Experiment jetzt leichtfertig ab, weil solche Abbrüche tragen halt auch Gefahren in sich, weil wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, dann wird der auch an gewissen Stellen andere Vorstellungen haben und du hast diesen Kader im letzten Jahr, unterstelle ich jetzt mal naiv, trotzdem nach einer gewissen Vorstellung angefangen zusammenzubauen. Der hat jetzt im Winter hat das quasi so teilweise so gemacht, dass der Spieler für den Sommer dann geholt hat und auch viele Kurzfristigkeiten geholt hat mit Kalajic, wo man einfach gemerkt hat, oh scheiße, wir finden keinen Stürmer. Aber trotzdem unterstelle ich mal, dass da ein Plan hinter war und ich warne davor, das immer leichtfertig zu ändern, weil du kriegst dann halt einen neuen Trainer, der will vielleicht einen neuen Spieler haben, die kriegt der dann auch nicht alle, weil halt du auch schon Verträge hast mit Spielern und dann kannst du dir halt auch, und das wäre sogar valide, am siebten Spieltag wieder anhören, ja gut, das ist ein neuer Trainer, das dauert alles ein bisschen, das muss ich erstmal alles finden und blablabla. Würde ich einen Kauf nehmen für das Szenario, tatsächlich. Ja, ich will es nur sagen, also ich will nur sagen, dass es trotzdem noch auch möglich ist, dass man sagt, okay, nächste Saison greifen halt gewisse Dinge besser und dann spielst du halt nicht unentschieden, sondern gewinnst halt mal die Spiele, das kann sein. Aber ich bin bei euch, der Glaube schwindet halt in mir, weil ich bin trotzdem noch in diesem Modus zu denken, ey, immer probieren, positiv zu sehen, die positiven Dinge rauszuheben und diese Saison schwanke ich so zwischen beiden Polen so und ich habe wahrscheinlich auch nur den Impuls, weil ihr eher in die andere Richtung gerade diskutiert, weil ich glaube, wir müssen uns mit dem Szenario vertraut machen, dass es zumindest möglich ist, dass Dino Topmöller und Markus Krösch ja nächste Saison genauso weitermachen, wie sie es jetzt machen und da wäre trotzdem ein Teil, der in mir sagt, okay, vielleicht klappt das ja, vielleicht klappt das, vielleicht ist Dino Topmöller ein Jahr reifer, vielleicht lernt der Dinge, weil bei Oliver Glasner zum Beispiel, da hätte ich das, was Schorn jetzt im Nachhinein über ihn sagt, nicht direkt immer gesagt, so am Anfang wirkte der auch sehr dröge, der hat halt Frankfurt irgendwann aufgesaugt und dann hat es authentisch rübergebracht, dass er das irgendwie hier geil findet, so. Ich habe eine Frage an euch zwei, was passiert denn, wenn wir die nächste Saison mit Topmöller starten und wir sehen nach den ersten sieben, acht, neun Spielen genau das gleiche, was wir gerade sehen, was passiert dann? Das ist, im Endeffekt, ja, hast du mir das eine Argument jetzt wieder aus der Tasche gezogen, das stimmt, das ist genau das. Dann sind wir noch schlechter dran, weil dann musst du mitten in der Saison handeln oder du ziehst es wieder durch, ja, wenn du mitten in der Saison handelst, wissen wir ja, der Markt ist immer kleiner, es ist immer schwieriger, es gibt keine Vorbereitungszeit für den neuen Trainer, etc., also. Ja, aber diese Frage kannst du auch anders stellen, du kannst auch genauso gut fragen, jetzt, wir wechseln den Trainer und wir stehen am siebten Spieltag genau, keine Veränderung, alles genauso wie bisher, dann kommst du mit der Antwort, wie Basti gesagt hat, es dauert noch, du kannst auch einen Trainer wechseln und wir stehen irgendwie am siebten Spieltag auf Platz 17 der Tabelle, weil wir irgendwie außer einem Unentschieden noch gar nichts geholt haben. Dann sagst du, ja, war eine Scheißidee, den Trainer zu wechseln. Nee, doch. Ja, schau mal, der Unterschied bei der Geschichte ist halt, dass der Trainer nicht schon eine komplette Saison im Rucksack hat, wo du gesehen hast, dass es nicht läuft. Das heißt, da zum Beispiel wäre mein Zugeständnis ihm gegenüber nochmal ein ganz, ganz anderes. Hinzu kommt aber auch noch, wenn, schau mal, wenn Topmeller, keine Ahnung, zwei, drei Dinge gehabt hätte, wo ich die ganze Saison sehe von wegen, hey, das ist gut und daran glaube ich und das macht mir Hoffnung. So, dann würde ich auch jetzt ganz anders darüber sprechen, aber ich habe halt wirklich einfach so gut wie gar nichts gesehen, was mir Hoffnung gemacht hat, was mir Spaß gemacht hat, was mir Hoffnung gemacht hat, was mir Glauben gegeben hat. Und, ich meine, wie viele Trainer gibt es in der Bundesliga, die auch nicht erfolgreich sind, aber wo die Fans hinter dem Trainer stehen, weil sie halt was da in ihm sehen. So, und ich, 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 guck mal, wie viele Leidensjahre haben wir hinter uns, so, und trotzdem habe ich auch als Fan den Trainer den Rücken stärken wollen, weil ich was in denen gesehen habe, aber hier, ich sehe halt nichts, was mir Hoffnung macht und es tut mir echt leid, dass so, ich will auch gar nicht so negativ sein, auch wenn ich jetzt gerade total bin, es fühlt sich auch echt nicht schön an, aber, nein, nein, aber ehrlich gesagt, das kann auch richtig sein, so, das ist ja genau das, was diesen Call meiner Meinung nach so schwierig macht, weil all das, was du sagst, kann stimmen, dass man sagen muss, okay, das funktioniert nicht, so, aber das Ding ist bei diesen Sachen, die abschließende Bewertung muss eigentlich derjenige machen, der da ganz nah dran ist und das auch zu verantworten hat und das ist so ein bisschen das, was mir eine Schwierigkeit bereitet, Topmüller komplett endgültig anzuzählen, weil ich mir halt denke, gut, ich bin derjenige, aus meiner Position kann ich das schlechter beurteilen, ich kann mit den Spielern nicht offen sprechen, sagen, ey, wie sieht's aus, so, fuckt ihr euch ab, dann schicken wir ihn weg, ich kann mit dem Manager nicht reden, zu sagen, ey, wie ist dein Eindruck, ich bin ja nicht da, ich kann ja Dinge geben, wo man sagt, ey, vielleicht müssen da noch drei Stellschrauben gedreht werden und dann geht's los und ich glaube auch, dass Dino Topmüller eine ganz andere Aura hätte, wenn der plötzlich mal vier Spiele hintereinander gewinnen würde, so, dann würde der uns auch nicht so nerven, so, ich glaube, warum, habt ihr denn in der Saison mal gesehen, dass, ähm, dass über einen längeren Zeitraum die Jungs wirklich Feuer auf dem Feld waren, also wir wissen ja auch, es gibt Spiele, ähm, wo du halt nicht erfolgreich bist, aber du hast zumindest gesehen, dass die Mannschaft gebrannt hat, habt ihr das über einen längeren Zeitraum mal in der Saison gesehen? Nein, überhaupt nicht, so, und ich hatte auch diese, ich weiß auch nicht, ob das allein ein Thema vom Trainer ist, oder ob das nicht dann auch ein Stück weit an der Zusammenstellung des Kaders liegt. Ja, aber dann machen wir jetzt noch eine ganz neue Baustelle auf, irgendwo, in irgendwas müssen wir doch vertrauen, Alter, so, die einfach, also, das Ding ist, ich weiß halt nicht, ehrlich gesagt, ob das nicht auch an der Spielweise liegt, dass der nächste Eindruck hat, so denkst du, das Thema wollte ich nicht auch machen, aber ja. Am Ende des Tages wird es niemals einzig und allein nur an einem Punkt liegen, weil wenn ja, dann wäre es ja ganz einfach abzustellen. Es ist am Ende immer des Tages eine Kombination aus Spielsystem und Spielweise, wie man spielen lässt, mit den Spielern, die man irgendwie hat, und wie der Trainer das vermittelt, und natürlich, wie das Umfeld auf das Ganze reagiert, hat auch irgendwie einen Einfluss, also du kannst dich ja auch nicht komplett davon lösen, diese Emotionen oder Nicht-Emotionen, die da im Umfeld irgendwie sind, wahrzunehmen. Also, das geht ja auch nicht. Also, du hast nicht einen Baustein. Aber du musst aber auch aufpassen, dass du diese Emotionen auch nicht überbewertest. Ohne Scheiß, die Saison macht es doch so schwierig, dass du für alle Dinge, die man ausführt, irgendwie auch ein Gegenargument finden kannst. Weil wenn du jetzt sagst, ja, man darf das Umfeld nicht ignorieren, boah, weiß nicht, in gewissen Teilen sollte man es schon. Weil, wenn Fans jetzt anpfeifen, bei jedem Rückfass zu pfeifen, dann muss man vorsichtig sein. Weil, was ist die Alternative? So, also, wir wollten immer, dass irgendjemand mal anfängt, Viererkette zu spielen. Ja. Wir wollten immer, dass die Eintracht mal irgendwie anfängt, so ein bisschen Ballbesitz-mäßig sich weiterzuentwickeln. Also, gewisse Dinge wollte man und jetzt hält man sie auch nicht aus. also, das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Eintracht die für sich beantwortet hat und die Grundsatzfrage ist, Spieler günstig einkaufen und teuer verkaufen. So, das ist der Weg, weil die Eintracht keinen externen Geldgeber hat. Und auch vielleicht keinen haben sollte. Dann bist du durch die gesteigerte Wahrnehmung zu einem Verein geworden, wo die Gegner vielleicht nicht mehr unbedingt alle mitspielen, so, was dir halt manchmal zu Pass gekommen ist und dann musst du Lösungen finden. Das waren alles Gedankengänge, die meiner Meinung nach richtig waren. Aber dann hat es in der Ausführung irgendwie nicht funktioniert und jetzt bist du an dieser gefährlichen Situation, dass du den ersten Move, den du Richtung Etablierung Spitzenteam machen konntest, nicht gemacht hast. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, die Eintracht, diesen Step mit den Möglichkeiten, die die Eintracht hatte, mit den Transferwerten, die im Kader waren, mit dem Europa League Gewinn, mit der Saison in der Champions League, wo du die Gruppenphase überstanden hast, all diese Voraussetzungen. Für diese Voraussetzungen hat die Eintracht das diese Saison nicht optimal gelöst. Und da muss jetzt analysiert werden, warum das so ist. Ist das normal in der Entwicklung, die man jetzt macht, dass man sagt, boah, erinnert euch noch an das Jahr, das war richtig langweilig, jetzt funktioniert das, jetzt geht es vorwärts. Oder muss man sagen, nee, wir müssen jetzt irgendwie was anderes probieren. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht entscheiden muss, weil wenn ich es entscheiden müsste, würde ich sagen, ja, ich will mit dem Trainer nicht weitermachen, weil der nervt mich. Aber das kann ja kein Grund sein, einen Trainer zu entlassen. Ja gut, den Leuten gefallen die Pressekonferenzen nicht. Der ist ein bisschen zu lieb. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen naiv, weil ich hoffe, dass die noch einen größeren Plan dahinter haben. Aber ich kann die Frage, was die Eintracht jetzt im Sommer machen soll, überhaupt nicht beantworten. Immer noch da sind. Komischerweise nach den ganzen Transferperioden, die Krösche jetzt auch hatte, das hatte schon viele. Aber ansonsten wüsste ich es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich halt auch Angst habe, dass man gewisse Entwicklungen, die vielleicht trotzdem langsam starten, dann unterbrechen würde, weil ich sehe schon, dass da wirklich eine Startelf rauskommen könnte, die absolut babamäßig ist. Ja, vielleicht ist das halt auch so ein Kommunikationsfehler. Vielleicht war dieser Kader und dieser ganze Plan von vornherein halt darauf ausgelegt, dass der erst im übernächsten Jahr funktioniert und man hat es halt einfach nur niemandem gesagt. Aber meinst du ganz ehrlich, dass Krösche, wenn das nicht der Plan gewesen wäre, hat er das nicht gesagt. Das war jetzt gerade schwierig zu verstehen, weil er beide Parallel geredet hat. Basti, du da erstmal zuerst. Also ich will nur anmerken, so ganz wahr, das halt auch nicht so. Also du hast nicht nur junge Spieler gekauft und hast eine blutjunge Mannschaft auf dem Platz stehen, sondern du hast auch einen Skiri gekauft. Du hast mit Van de Beek jemanden geholt, du hast mit Kalajic jemanden geholt. Also da ist ja auch Geld hingeflossen. Du hast Robin Koch. Also dieses Gelaber von wegen, das ist so eine blutjunge Mannschaft, stimmt halt nicht. Weil ich glaube, das würde die ganze Geschichte auch einfacher machen, die auszuhalten. Aber unser zentrales Mittelfeld ist aktuell Götze Skiri. So er laber mich nicht voll, von wegen, das ist eine blutjunge Mannschaft. Da ist Kevin Trappel vor. Es ist keine absolut blutjunge Mannschaft, aber es ist halt trotzdem, du hast die Ambitionen, irgendwie, weiß ich nicht, eine große Lagerhalle zu bauen und du hast halt irgendwie genügend große Stützen für ein Einfamilienhaus und ein paar für eine Terrasse, die irgendwann vielleicht mal die großen Stützen für eine Lagerhalle sein könnten. Also du hast halt, klar, du hast ein paar erfahrene Spieler drin mit einem Skiri, mit einem Götze, mit einem Trapp, mit einem Koch und dann? Also ich stimme da Basti aber wirklich zu. Ich finde, wir sind eine junge Mannschaft, aber nicht zu jung und auch nicht blutjung. So, ich finde, wir haben da schon einiges an Säulen und ich finde auch, gerade so Spieler wie, wie hier Larsson zum Beispiel, etc., da sind ja Leute, die dazugeholt worden sind und die wirklich sofort, was nicht zu erwarten war, sofort performt haben. Genau bei dem Punkt, wir haben einen Larsson mit 19 Jahren, der in einen, in einen zu mehrheitlich neuen Kader reinkam, von Anfang an in der Startelf dann irgendwie gezeigt hat, dass er ein sehr wichtiger Spieler ist, dass er in einem System spielt mit einer Art und Weise, die uns alle irgendwie super hilft und dann sagen wir, ja, aber der Trainer ist doof, der hat keine Spieler besser gemacht. Hä? Ja, aber ganz ehrlich, denkst du, dass in den anderthalb Monaten hat, kann Topmeller sich auf die Fahne schreiben, dass er Larsson so gut gemacht hat? Ja, aber wenn er ein, ein absolut schlechter Trainer wäre, dann hätte auch ein Larsson nicht funktioniert, das fällt ja jetzt auch nicht einfach vom Himmel. Okay, also, also, den gewissen Anteil hat er da ja schon irgendwie drin, und er ist ja nicht der Einzige. Ein Pacho ist ja auch ein ähnliches Ding, wo wir auch jetzt irgendwie gesagt haben, von wegen am Anfang so, oh, ein Dicker geht und wer weiß und jetzt sagen wir von wegen, who the fuck ist ein Dicker? Wir haben ein Pacho da hinten drin. Okay. Ich finde, man lässt das in der Bewertung halt irgendwie komplett außen vor und ignoriert es. Nee, schau mal, ich habe ja am Anfang gesagt, das kann man gerne zurückspulen. Ich hatte am Anfang ja gesagt, dass Topmeller schon Spieler besser gemacht hat, aber halt nicht viele. So, und ich kann, seid mir da nicht böse, aber ich kann Topmeller nicht auf die Fahne schreiben, dass, wenn ein Larsson und ein Pacho direkt von Anfang an funktionieren, nach anderthalb Monaten, dass das ein großer Einfluss des Trainers ist. Also so schnell funktioniert halt Entwicklung auch nicht und dass sie über die Saison besser werden mit Spielpraxis etc. Das, ich meine, da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Ich sage auch nicht, dass Topmeller ein scheiß Trainer ist. So, was ich aber sage, ist, dass er nicht dem genügt, was wir brauchen. So, ja, ich würde nie sagen, dass Topmeller eine absolute Vollkatastrophe ist und nicht weiß, wie man einen Coach etc. Aber für das, wo wir, sind, wo wir hinwollen, finde ich, ist es für Topmeller einfach zu früh. Ihm fehlt halt noch zu viel. Er muss noch Sachen lernen, dass, es gibt halt, guck mal, es gibt ja hier, es gibt Gegenbeispiele, wo du Trainer hast, die auch nicht ultra viel Erfahrung haben, aber die bringen halt irgendwas mit, wo es dann halt funktioniert. Ich meine, wir müssen uns ja nur Leverkusen angucken. So, aber den Trainer gucke ich mir halt eine Sekunde an und ich weiß sofort, warum es funktioniert. so, und es ist halt, und das kann man, ich meine, jeder, der Fußball gespielt hat und oder generell Sport gemacht hat, es ist halt einfach so, wenn dein Trainer eine gewisse Ausstrahlung hat, eine gewisse Siegeausstrahlung hat, das kompensiert eine ganze Menge. Es kompensiert einfach eine ganze Menge. Und ja, was soll ich sagen? Es kompensiert doch in erster Linie die Art und Weise, wie du dich fühlst. Der kann Charisma haben bis zum Umfallen, davon allein kommt kein sportlicher Erfolg. Ja, aber davon kann aber Glauben kommen und glauben. Also sorry, es gibt genügend Beispiele in der, in der Sporthistorie, wo Mannschaften, die schwächer, die vom Personal her schwächer sind, taktisch vielleicht schwächer sind, etc., durch Einsatzwille, durch Glauben an sich selber, bessere Mannschaften besiegt haben. Überperformen, haben wir in den letzten Jahren bei uns auch oft genug gesehen. Richtig, genau. Ehrlich gesagt, ist das was, was halt eigentlich final vielleicht gegen Topmüller spricht, weil das wird nicht mehr dazukommen. Nee. Also du wirst, diese Aura wird dann nicht mehr bekommen. Ja und selbst wenn, wenn, selbst wenn da jetzt irgendwas kommt, ist wahrscheinlich auch, ob berechtigt oder unberechtigt, das lassen wir jetzt mal außen vor, selbst wenn jetzt irgendwie Topmüller auf einmal im Juli dasteht und ist der Übercharismat, wird man ihm das trotzdem irgendwie nicht abnehmen oder wird man das nicht akzeptieren, weil er halt einfach mit diesem negativen Thema da jetzt reinrutscht. Also ich bin auch bei Basti, ich glaube das Thema ist noch nicht durch, das ist eher so ein 50-50-Ding und ich finde auch, man sollte das fairerweise am Ende der Saison bewerten und dann sagen, okay, ist das, was wir an Entwicklung gesehen haben, für uns ausreichend, passt das weiterhin zu unserem Plan und so weiter und so fort. aber wenn du es machst, er läuft halt immer mit diesem komplett, mit dieser Vorbelastung da irgendwie rein. Und selbst wenn er jetzt super charismatisch wird und weiß ich nicht, 15 Kommunikationsschulungen hat und dann irgendwie mit Sonnenbrille und Käppi da sitzt oder irgendwas, es wird sich nicht mehr ändern. Das Thema ist, glaube ich, einfach durch. Und das ist dann aber auch etwas, was man in die Entscheidung mit einfließen lassen muss. Interessiert uns das oder nicht? Ja, da hat schon ehrlich gesagt einen Punkt. Das kann auch sein. Das muss auch nicht jedem von Gott gegeben sein, so ein Jürgen Klopp, Mourinho-Typ zu sein. Das ist auch vollkommen okay. Aber bei ihm kommen halt dann auch noch die Unerfahrenheit dazu. Also, es ist wirklich für Top-Man auch dann schwer, sich da freizuschwimmen. Weil ich glaube, so sein Unique-Selling-Point ist, glaube ich, schon, dass er taktisch gesehen einigermaßen auf der Höhe ist und mit jedem, mit dem du sprichst, auch so, keine Ahnung, auf Trainertagungen, die Leute, die haben, glaube ich, schon Respekt vor dem. Weil ich glaube, dass er wirklich Ahnung von Fußball und sich auch viel damit beschäftigt. Und ich glaube auch, dass er in der Kommunikation einzeln mit den Spielern okay ist. Aber ich sehe halt nicht. Ich kann mir bei ihm keine Kabinenansprache, also ich kann mir keine Kabinenansprache vorstellen, wo danach die ganze Kabine brennt. Ja, das kann ich vielleicht schon noch, aber er wird halt nicht den Punkt haben, dann einfach mal irgendwie auf den Tisch zu hauen und zu sagen so, wisst ihr was, ich bin hier der Trainer, ich habe hier die nötige Erfahrung und das ist mein System und meine Entscheidung. Ich zähle es jetzt fünf Spieltage durch oder zehn und wenn es da nicht funktioniert, dann könnte er mich immer noch rausschmeißen. Sondern ich glaube, er wird auch da dann immer situativ reagieren aus der Situation heraus, weil er halt dann irgendwie Dinge irgendwie besser machen will. Und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, weswegen wir diese Verunsicherung haben und weswegen der Punkt, den Sean vorhin angesprochen hat, dass wir ja nicht irgendwie konstant mal über fünf Spieltage gesehen haben, dass es gut läuft, weil er halt da zu sehr am Tüfteln und zu sehr reagieren ist und da fehlt ihm dann wahrscheinlich einfach auch das Standing an der Stelle. Und das kriegst du halt auch nur mit der Zeit rein. Ja, aber ich bin ja bei euch so, aber dann muss ich trotzdem die Frage stellen, was hat man sich denn dabei gedacht? Ja, aber an dem Punkt sind wir jetzt ja schon mehrfach vorbeigecruised. Ich würde es mir wünschen und auch allen Eintracht-Fans wünschen, dass ich einfach Unrecht habe und Tom Möller macht jetzt einen ultra krassen Wandel durch und wir sind erfolgreich mit ihm. Es ist ja nicht so, als wenn ich hoffe, dass ich Recht behalte und ich wünsche mir einfach, dass die Eintracht erfolgreich ist und weiter den Weg weitergeht, was sie eingeschlagen haben, eben weil so viel richtig gemacht wurde in den letzten fünf, sechs Jahren. So, und wir nach so vielen schlechten Zeiten uns auch mal verdient haben, dass die Eintracht mal wieder dahin kommt, wo sie mal für eine gewisse Zeit lang war. So, und wir einfach gucken müssen, dass wir jetzt nicht die Fehler machen, die alles wieder zerbrechen. So, und es ist wie ihr gesagt habt, es muss nach der Saison muss alles knallhart analysiert werden, auch ehrlich analysiert werden und auch Eingeständnisse oder auch eingestehen, wenn etwas eine falsche Entscheidung war. Und dann, ja, muss Kröscher die Entscheidung treffen, was er wirklich aus tiefster Überzeugung denkt, was am besten für die Eintracht ist. Aber dann muss er in der nächsten Saison auch daran gemessen werden, also noch mehr daran gemessen werden an dieser Entscheidung. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, fasst das die komplette Diskussion am besten zusammen. Im Endeffekt ist Kröscher derjenige, der den Call machen muss und der muss aber auch damit leben. Weil beide Möglichkeiten bringen dann den Fokus eh auf ihn. Wenn er ihn behält und es klappt, dann ist er mit dem ganzen Kram durchgekommen. Wenn er ihn behält und es klappt nicht, dann muss man halt auch anfangen zu sagen, okay, Digga, das ist jetzt dann, wenn dann noch ein Trainer ist, der Dritte, der muss dann auch klappen. So, das wäre dann auch für Kröscher der letzte Schuss. So, was ist denn eigentlich dein Plan? Hat jetzt, ja, hier mit Glasen als scheinbar irgendwie nicht funktioniert und mit Topmöller hat die Idee auch nicht geklappt. So, ja, langsam wandeln dann solche Diskussionen in diesen Stadien ja dann auch auf den Manager über. So, wenn du deinen ersten Trainer und deinen zweiten Trainer und der dritte Trainer ist ja meistens dann so der Punkt, wo man sagt, na gut, dann müssen wir halt mal den übergeordneten Plan hinterfragen, anstatt dann situativ den Trainer. Wenn er ihn jetzt entlässt, dann rettet er sich ja vielleicht sogar fast noch ein bisschen und sagen, ja, war ein Fehler, aber auch da ist das Brennglas wieder auf ihm. Also ich glaube einfach, dass das ein sehr, 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 sehr schweres Blatt auf der Hand von Markus Kröscher gerade ist. Ja, das glaube ich auch. Er muss halt selber auch abwägen, was macht er für sich selber. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird auch Teil seiner Überlegung sein. Da sollten wir nicht zu naiv sein, dass die auf sich selber scheißen und nur die Eintracht im Kopf haben, sondern das wird er auch irgendwie abwägen, was für ihn persönlich das Beste ist. Und da bin ich gespannt, weil, keine Ahnung, irgendwie hast du so das Gefühl, die Saison ist nicht komplett baden gegangen, die Saison ist nicht komplett angezündet. Irgendwie hat man das Gefühl, die Saison hat fast nicht stattgefunden. Ja, das trifft es gut, ja. Also, keine Ahnung, man trägt nichts Emotionales aus dieser Saison, außer so eine, keine Ahnung, Gefühl. Das ist, als Fan wäre es ja viel einfacher, wenn die Eintracht 11. wäre. Man könnte jetzt sagen, boah, ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist und eine neue Trainer. Ja, genau, das ist das Ding. Ja, aber man sagt ja trotzdem, boah, ich bin froh, wenn die Saison rum ist, weil man den Glauben hat, dass es in der nächsten Saison auch besser wird. Ja, oder nein, weil die Antworten kommen näher. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, was als Fans schwer auszuhalten ist, ist wirklich zu sagen, okay, hier passiert irgendwas über die nächsten Jahre. Und dann ist vielleicht ein Jahr dabei, wo halt das, was man will, nicht so passiert, weil Umstellungen stattfinden. Und dann, ja, aber die Antworten kommen ja näher. Also, ich hatte ja eigentlich, ich hatte die ganze Zeit gedacht, okay, ich war so sauer wegen dieser, da bleibe ich bei, dass das auch jetzt beurteilbar ist, dieser verkackten Moani-Geschichte. Das hat die Antwort verkackt. So, wenn Kalajdzic dein Moani-Ersatz im Winter ist, dann hast du es verpeilt. Du hast ein Jahr Zeit gehabt, wusstest ungefähr, was an Cash reinkommt und was scheinbar überhaupt nicht vorbereitet, beziehungsweise das, was du vorbereitet hast, hat nicht geklappt. So, das hat die Antwort verkackt. Dann habe ich gesagt, okay, werde ich Antworten im Winter dann finden, weil dann kommen vielleicht diejenigen, weil Moani war ja kurzfristig. So kann man sagen, okay, gut, dann rettet euch irgendwie in den Winter. Das hat die Eintracht auch punktemäßig gut gemacht, ehrlich gesagt, so. Hätte ich nicht gedacht. Mit dem Sturm, dann haben die Mamouch, haben die gut hinbekommen und so weiter, so. Dann kommst du in den Winter und dann denkst du, oh, Gott sei Dank, so, jetzt sind wir endlich im Winter, jetzt kann die Eintracht endlich all das machen, was noch nötig ist. Macht das auch. So, holt viele Spieler. Und du denkst so, geil. Ja, von denen waren zwei überhaupt nicht fit. So, das war, die konnten so runterrechnen unter Winterneutzugängen, sondern es sind eher in Sommerneutzugängen und der eine kommt jetzt erst, der andere braucht noch. Da ist wieder keine Antwort. Dann gewinnst du in Leipzig und denkst, geil, Alter. So, jetzt ist tabellarisch gesehen echt viel drin, es war eine gute Hinrunde. Dann hast du wieder dasselbe Startprogramm und dann verkacken die das komplett. Und du denkst, dann gab es immer wieder diese Hoffenheim-Heidenheim-Spiele und du denkst, okay, vielleicht ja jetzt. Nee, auch wieder nicht. Dann hast du so ein Sieg gegen Augsburg zu Hause, denkst, vielleicht jetzt. Nee, auch wieder nicht. So, und dann fährst du nach Gladbach und denkst, ja gut, vielleicht jetzt safe. Nee, auch wieder nicht. Also, die Saison hat halt einfach auch, was die Konstanz betrifft, zu viele Ups und Downs, als dass ich da ein Gefühl auch verfestigen kann. Also, was für ein Gefühl soll ich denn haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es weiterhin nicht. Also, ich beneide Sean ehrlich gesagt um seine Klarheit, die hat. Weil die hätte ich auch gerne. Aber ich finde, ja, vielleicht lasse ich mich da von dem Platz sechs blenden, aber ich finde, so klar ist es noch nicht, weil mit allen Unwägbarkeiten, die dieser Trainer hatte, hat er trotzdem halt Platz sechs geholt. Egal, ob die Bundesliga scheiße ist oder nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß es weiter nicht und das macht mich wahnsinnig. Haben wir am 14. Spieltag hier gesprochen, am 15., dann am 21., dann am 23. Ich habe immer gesagt, ich weiß es noch nicht. Und jetzt ist der 33. Spieltag und ich weiß es immer noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch dieses Jahr der falsche Ansprechpartner. Also, ich hatte gerne, immer gerne klare Meinungen, aber dieses Jahr, das macht es mich wahnsinnig. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ich mich ein bisschen auskotzen konnte. Also, es ist halt wirklich, wisst ihr, ich wohne ja, wie gesagt, nicht in Frankfurt. Und habe logischerweise jetzt hier auch nicht wirklich Eintracht-Fans hier, mit denen man sich regelmäßig austauschen kann. So, und ich versuche mich im Internet, was so kommentieren und so weiter angeht, immer ein bisschen zurückzuhalten, um nicht zu hetzen oder sonst irgendwas oder generell nicht zu übertreiben. Wie gesagt, das jetzt heute ist das erste Mal, dass ich mich wirklich negativ äußere oder generell äußere. Und Basti, du weißt, ich war ja sonst auch öfters bei euch in der Sendung zu Gast, sind jetzt aber auch längere Zeit nicht mehr. Ich wünsche mir einfach nur, wie gesagt, dass wir als Verein nicht einfach den richtigen Weg verlieren und wieder uns dahin bewegen, wo wir viel zu viele Jahre drin waren und dass einfach Krösche die richtige Entscheidung trifft und dass wir als Fans, wir sind einfach die besten Fans, dass wir wieder in der nächsten Saison mit voller Leidenschaft und mit Herz ins Stadion gehen können und wieder dieses Highlight genießen können, am Wochenende die Eintracht spielen zu sehen und dass man sich wieder freuen kann, auf was freuen kann und mir hat dieses Jahr echt etwas gefehlt. Also mein Leben wurde echt, eine Bereicherung wurde weggenommen, dass ich mich nicht mehr auf die Eintracht freuen konnte und ich kann mich auch auf die Eintracht freuen, wenn man gegen den Abstieg spielt, solange ich sehe, dass die Mannschaft halt alles gibt. So und ja, ich bin eigentlich einfach zufriedenzustellen. So zeigt mir, dass du alles gibst für die Eintracht und ich kann auch Niederlagen verkraften, aber ja, auf das alles geben kann ich halt eben nicht verzichten und da hoffe ich, dass dafür die nächste Saison, egal mit welchem Trainer, dass da eine Lösung gefunden wird. So, jetzt haben wir den Es-muss-da-mal-raus-Teil abgeschlossen. Danke. Alles gut. Ich glaube, das war auch nicht der letzte Teil. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch welche kommen. Auch so ein bisschen abhängig davon, wie das Spiel am kommenden Spieltag ausgehen könnte. Bastido hat es für ihn angedeutet, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man international spielen kann und man hat nicht unbedingt irgendwie alles in der eigenen Hand. Also Champions League kann man jetzt nicht mehr selbst erreichen, aber man kann sich zumindest ganz vorne in diese Reihe stellen, wenn da im Zweifelsfall irgendwelche Geschenke verteilt werden. Wir haben aber eine, so wie ich finde, für diesen Spieltag die beschissenste aller oder nahezu beschissenste aller möglichen Ausgangssituationen. Nieder- oder Ausgangslagen, weil, ich sag mal so, dass jetzt Hoffenheim, die ja zu den Bayern, ne, die spielen zu Hause gegen die Bayern, glaube ich, ne? Hoffenheim spielt zu Hause, ja. Ja, also dass die, dass Bayern da irgendwie Vollgas geht, ist jetzt nicht gesagt, weil für die geht es jetzt auch nur noch irgendwie um die goldene Ananas. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Tuchel da jetzt einfach sagt von wegen, du lieber Hoeneß, sagst, ich setze hier nicht auf junge Spieler, ich stelle dir jetzt einfach mal elf junge Spieler auf und dann kannst du mich mal kreuzweise. Also von daher, das Ding ist noch nicht irgendwie klar und dass wir, auch wenn wir zu Hause gegen Leipzig am letzten Spieltag spielen, dass wir da nicht wieder irgendwie eigene zwei Böcke schießen und die Leipziger da zu Toren einladen, ist auch noch nicht irgendwie gesagt. Also ich bin da irgendwie so unentschlossen. Was glaubt ihr denn, ohne jetzt irgendwie über Aufstellung und so weiter zu reden, was glaubt ihr denn, wo die Eintracht nach dem Abpfiff am kommenden Samstag die Saison beendet? Fragen wir mal so, Basti. Ich glaube, dass die Eintracht wieder mal 1-1 spielt und dann reicht das. Stimmt, unentschieden würde reichen, ja. Ja, das muss auch das Ziel sein und dann können alle trotzdem den Umständen entsprechend froh sein und dann hat man irgendwie Zeit, mal ein bisschen durchzuatmen und dann ist auch eine EM, wo man vielleicht nicht komplett emotional involviert ist und kann mal runterkommen, die Verantwortlichen auch und dann muss man gucken. Also ich habe die Hoffnung, dass die Eintracht das noch irgendwie deichselt und wenn die Eintracht es selber nicht schafft, dann muss halt Bayern das machen. Das sind schon zwei Möglichkeiten, die da sind. Also einmal die Eintracht selber mit einem Punkt gegen Leipzig, der drin sein kann oder dass der FC Bayern halt auch einen Punkt holt. Also das kann schon gut passieren und dann bist du mindestens in der Euroleague, kannst entspannt ins Champions-League-Finale schauen. Aber so ein bisschen Angst habe ich halt auch von dem Worst Case, weil ich glaube gar nicht, dass der so unglaublich unwahrscheinlich ist, dass Hoffenheim einfach dieses Spiel gewinnt und dass die Eintracht das Spiel verliert. Also ich glaube, wenn das jetzt passiert, dann ist das nicht Teil dieser Freak-Saison, sondern das ist ein normaler Alltag. Also wenn die Eintracht ein Heimspiel gegen Leipzig verliert, weil Leipzig halt an dem Tag besser ist, das kann passieren. Und dass Hoffenheim gegen Bayern gewinnt, wo auch momentan viel Chaos ist, das kann auch passieren. Also ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass die Eintracht dann Siebter wird. Und das wäre schon eine Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und Hoffenheim muss ja auch nur drei Tore gut machen, was jetzt auch bei den Konstellationen der beiden Paarungen nicht so unwahrscheinlich ist, dass das noch irgendwie passiert. Ja, eben, also. Ja. Aber wahrscheinlich wird es wie alles diese Saison... Unentschieden. Ja, das wird dann gerade so gut gehen. Davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass die Eintracht das mit einem überzeugenden 4-1 gegen Leipzig aus eigener Kraft macht, sondern dass das irgendwie schon zurechtgeburschelt wird. Sean, siehst du das ähnlich? Ich sehe es ganz genauso. Es wird gut gehen, aber nicht, weil wir es gut gemacht haben, sondern wie es halt zum größten Teil war. Es duselt sich so zusammen. Ja, ich glaube, bei einem Verein, der irgendwie seit dem 15. Spieltag auf dem sechsten Tabellenplatz steht und auch irgendwie nicht logisch erklären kann, warum er da immer noch steht, würde das irgendwie zum Verlauf der Saison passen. Es würde auch zum Verlauf passen. Dass wir am letzten Spieltag dann runterrutschen. Das wäre so das I-Tüpfelchen in der Saison. Ja. Also ehrlich gesagt, kann die Eintracht sich dann aber auch nicht beschweren. Nee, definitiv nicht. Die Eintracht kann sich dann nicht hinstellen und sagen, der FC Bayern. Nee, Digga. Auf gar keinen Fall. Also ganz im Ernst. Die Eintracht hat mehr als genug Matchbälle gehabt. Und der klarste war jetzt für mich in Gladbach. Die Fans waren gut drauf, das Wetter war gut. Du kannst ganz, ganz, ganz safe das machen. Wenn du dann, ja, so dass du jetzt noch zittern musst, dann brauchst du danach dich nicht beschweren. Also dass du zittern musst, ist deine eigene Schuld. Ja, stimmt. Und es ist halt, ja, es ist auch Teil dieser Saison, dass dieser Kill-Instinkt halt einfach fehlt. So, das hat sich jetzt einfach einmal zu oft auch gezeigt. So, du hattest wirklich, du hattest schon am Anfang der Rückrunde, da hattest du die Chance auf eine sorgenfreie Rückrunde. So, da hättest du locker zwölf Punkte holen können. Und dann wärst du da oben ein bisschen mitgekrebst, dann wärst du abgerutscht, wärst du aber sechster geworden, alles ist gut. Aber so, so, ich will da jetzt gar nicht mehr anfangen, aber du hast halt auch Glück, dass der FC Augsburg plötzlich abstürzt. Ja, und auch dass Freiburg es nicht schafft, gegen Heidenheim irgendwie die vollen Punkte zu holen im letzten Heimspiel von Streich. Ja, so ist es. Und da muss ich die Eintracht nicht für entschuldigen, aber ich bin weit davon entfernt, dass sie sich einfach darüber freuen soll. Ja, genau. Die muss sich auch nicht darüber freuen. Nee. Aha, geil, Heidenheim. Ja, also ein bisschen freuen kannst du dich schon, wenn du es am Ende erreicht hast, aber du darfst dich jetzt nicht irgendwie so darstellen, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, selbstständig das Drei-Gänge-Menü gekocht hast. Nee, aber machst du es aus den Pappschalen genommen. Machst du halt jetzt selber klar und dass das jetzt halt in Heimspiel gegen Leipzig ist, bist du halt selber dran schuld. Ja. Ich hab mal eine Frage. Schon wieder. Ja, sorry. Sind wir mit dem Thema durch oder haben wir noch was dazu? Weil ich möchte unbedingt noch was loswerden. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hätte noch zwei kleinere Themen, aber ansonsten wären wir mit dem Thema durch, weil ich glaube, das ist alles, was der Gegner auch an Redezeit verdient hat. Okay. Ich wollte ganz kurz ein Riesen-Dankeschön an Seppelrode raushauen. Ja. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne ein Riesen-Dankeschön für A, eine ganz, ganz tolle Karriere, aber auch einen tollen Menschen, der wirklich für uns seinen Körper und seine Knochen hingehalten hat. Und mir blutet das Herz, ihn nicht mehr spielen sehen zu können. So, aber auf der anderen Seite freue ich mich halt für ihn, dass er hoffentlich in seiner Zukunft dann weniger Schmerzen durchleben muss. So, bei mir war es nochmal ganz wichtig, nochmal ein bisschen Wertschätzung an unseren Capitano rauszuhauen, weil ich nicht nur ihn als Spieler total toll fand, sondern auch ihm super gerne zugehört habe. In Interviews etc. Und ich finde, er hat für sehr, sehr tolle Werte gestanden. Deswegen war mir das nochmal wichtig, das nochmal rauszuhauen. Ja, ich glaube, ähnliches kann man auch über Marc-Hochto Hasebe sagen. Ja. Die werden definitiv am kommenden Samstag im letzten Heimspiel der Saison einen mehr als gebührenden Abschied von den Rängen bekommen und das auch 200 Prozent zurecht. Ja. Traurig, Mann. Ja, und wenn wir schon gerade bei emotionalen Momenten sind, Robin Koch steht im EM-Kader. Ja, was sagt ihr denn dazu? Richtig. Verdient, gut. Ja, spricht für ihn tatsächlich. Spricht für ihn. Ja, definitiv. Für ihn auch als Typ, glaube ich. Also ich glaube, dass die Nominierung von ihm nicht safe war und dass er scheinbar gezeigt hat, dass er Trainer davon ausgeht, dass er reibungsloser Bestandteil der Gruppe wird. Ich glaube zum Beispiel, dass es seinem Konkurrenten Max Hummels zum Empfängnis geworden ist. Ja, glaube ich auch so ein bisschen. Leistungsmäßig könnte man schon eher Hummels nominieren als Koch, aber wenn er dann nominiert wird, stabil. Also ich freue mich für ihn auf jeden Fall und macht natürlich für Eintracht-Fans die EM noch ein bisschen interessanter. Ich glaube, was noch dazukommt, ich glaube schon, dass Nagelsmann auch jemand ist, der ein bisschen perspektivisch guckt. Und bei Hummels ist halt einfach der Zahn der Zeit halt, es ist halt gekommen so. Und Koch hat theoretisch noch Jahre, wo er der deutschen Nationalmannschaft zur Verfügung stehen kann. und ich glaube, dass Koch charakterlich, glaube ich, sehr einfach zu handeln ist. Ich glaube, das ist jemand, der sich wirklich leicht unterordnen kann. Aber ich glaube halt auch, dass der immer noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist, beziehungsweise ich glaube, der kann immer noch besser werden. Von daher kann ich das zu 100 Prozent nachvollziehen, warum Nagelsmann ihn so sieht, dass er ein Gewinn für die Mannschaft ist. Und es freut mich einfach für ihn halt auch, weil ich glaube, dass er unserer Mannschaft sehr, sehr gut getan hat. Ja, das definitiv. Und er hat, wie ihr richtig gesagt habt, mehr als verdient. Und ich glaube, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem perspektivisch, der ist da auch ein wichtiger Faktor. Und es macht auf jeden Fall die EM ein bisschen emotionaler für Eintracht-Fans. Wenn er in der Startelf steht, ne? Ja, genau. Also ganz emotionsfrei, das dann zu gucken, wie Basti das vorhin beschrieben hat. Ich glaube, das wird dann nicht mehr ganz funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall entspannter als als die Bundesliga-Saison gerade. Ja. Schauen wir mal. Volle Kader-Nominierung am Donnerstag. Ich fand es auch spannend zu sehen, wie der DFB da jetzt die Kommunikation der Einzel-Nominierung jetzt gemacht hat. Also auch da, finde ich, ist eine gewisse Weiterentwicklung da. Ja. Gut. Überrangt. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein emotionales Thema zum Ende, meine Damen und Herren, die uns da draußen live an den Geräten zuhören. Wir müssen nämlich hier noch die Gewinner unserer drei Panini-Alben ziehen. Wir hatten euch ja in den letzten beiden Folgen aufgerufen, uns Kommentare zu schicken. Und diese Aufforderung nach Kommentaren, sei es auf YouTube, Instagram, Twitter oder auch auf unserer Seite oder uns halt auch eure Panini-Geschichten per E-Mail zu schicken, sind insgesamt 28 Menschen nachgekommen. und wir haben dreimal ein Album plus eine Stickerbox mit jeweils 50 Sticker-Päckchen drin. Und der liebe Basti darf jetzt hier heute mal Glücksfee spielen. Ich weiß nicht, gibt es eine männliche Form von Glücksfee? Keine Ahnung. Wir lassen das jetzt so. Und darf mir jetzt drei Zahlen nennen. Ich habe die Leute hier random in eine Liste gepackt und ihnen Nummern verpasst und du darfst mir jetzt einfach mal drei Zahlen sagen zwischen 1 und 28 und dann sind das unsere drei Gewinner oder Gewinnerinnen. Basti. Dann nehme ich einmal die 4 für Andreevich. Die 4. Das ist Mafu 1982, der geschrieben hat, mein erstes Panini-Album war von der Fußball-EM 1988. Ein etwas älterer Nachbar hatte das Heft und mir wurde es dann auch gekauft. Mein Vater hat mir dann immer Päckchen mitgebracht, wenn er am Kiosk Zeitung gekauft hat. Das ist doch mal eine schöne Geschichte. EM 88. Da hat es keinen falschen getroffen tatsächlich, weil selbes Baujahr wie ich und auch selbes erstes Panini-Album wie ich. Hervorragend. Ich erinnere mich noch an Bernie, das Maskottchen. Ja, Maskottchen haben es dir ja irgendwie angetan. Damals schon. Damals schon. Den habe ich auch immer noch. Das scheint irgendwelche Traumata ausgelöst zu haben. Nee, also das erste Maskottchen, was ich jemals hatte, war das von der EM 88. Bernie, der Haas. Den habe ich auch immer noch tatsächlich. Das ist mein ältester Freund. Der steht aber nicht bei dem anderen Hasen auf dem Balkon. Nee, der andere Hase, der ist schon lange im Keller. Der ist schon lange im Keller. Wartet da drauf, bis ich mir endlich einen Entrumpler leisten kann. Hasen, der Drübbeler. Okay, also einmal die Nummer 4. Herzlichen Glück schon mal an Mafu 1982. Dann nächste Zahl. Zehn für J.J. Akonzer. Zehn. Das ist Nett Dom, der hat uns auf der Webseite geschrieben und sagte, mein schönstes Panini-Erlebnis war, als ich mein Sammelkarten-Album der Saison 94, 95 komplett hatte. Nur echt mit Reinhold Beckmann und Gabi Papenburg. Da es aus irgendwelchen Gründen die Rann-Moderatoren eigene Karten hatten. Ich kenne das, finde ich, richtig gut. Sehr schön. Dann herzlichen Glückwunsch auch an Nettom und dann brauchen wir noch eine Zahl. Die 14 für Alex Mayer. Die 14 für Alex Mayer, das ist der Jeremis, der hat auch bei uns auf der Webseite geschrieben, mein erstes Album war 1999. Ich erinnere mich genau an den Klitzer Rosizky, der mit zu den letzten gehörte, aber auch WM 2014 im Freudesgrenz war toll, weil man als Erwachsener auch einfach ein bisschen leichter an so Alben vollkriegen konnte mit vier Leuten. Das ist richtig. Glitzer Rosizky ist auf jeden Fall der Sendungstitel. Ich möchte auch an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, den Kommentar, den Jan Philipp uns geschrieben hat, nämlich, beste Erinnerung ist, wenn man es geschafft hat, ein geteiltes Bild perfekt einzukleben. Da scheitere ich heute noch dran. Ja, nie geschafft. Nee. Nie geschafft. Ich habe es hier mehrfach versucht und das ist immer so ganz große Nemesis. Am besten sind noch so diese Vierfachbilder und dann das Letzte sitzt immer scheiße. Da fängst du auch irgendwann falsch an und kannst dann auch gar nicht mehr das gerade. Der erste war schon verkehrt und danach ist alles danach im Eimer. Das löst bei mir auch ganz große Kauf. Ich verstehe das auch nicht. Mach doch einfach noch mehr Bilder, aber dann nicht so. Mehr Einzelbilder und nicht diese geteilten, meinst du? Panini ist schon geil. Panini ist schon geil und ich hatte auch komplett vergessen, wie viel Spektrum die da drin haben, auch mit den ganzen Comic-mäßigen und ich erinnere mich auch wahnsinnig gerne noch, wie man dann immer mit so einer, habt ihr das auch so eine Tupperdose, wo dann die doppelten Panini-Bildchen drin waren, noch irgendwie vorsortiert mit so einem Gummi und dann habt ihr irgendwie auf dem Schulhof getauscht? Ich hatte nur ein Gummi. Ah. Ich hatte diese Klarsicht-Folien, wo du die Karten halt richtig reinpacken konntest. Das ist aber hier, das ist schon Nerd Level 2000. Das war nicht bei Basketballkarten. Die Wahrheit ist genau, ich habe seit 92 Basketballkarten gesammelt und dann ab 94 Fußballkarten und habe dann die Klarsicht-Folien vom Basketball-Ordner dann halt einen separaten gemacht für meine Fußballkarten. Okay. Respekt. Ich habe dafür immer mein Milchgeld verwendet, so das Geld, was man dann für die Schule bekommen hat, um was zu trinken zu holen. Ich war dann derjenige, der in der Schule dann immer den anderen Kindern zugeguckt hat, wie sie getrunken haben und habe mein Geld am Kiosk für Karten ausgegeben. Man muss halt Prioritäten setzen. Ja. Ich bin zur Oma gegangen und habe genörgelt und dann hat die mir zwei Mark gegeben und dann bin ich ans Kiosk gelaufen. Ja, das ist auch schlau. So schlau war ich nicht. Das ist ja schon geil. früher, Alter. Ja, es ist definitiv cool. Dieser Feel, wenn du dieses Päckchen dann hattest oder wenn du mal mehrere Päckchen hattest und aufreißen, ist schon geil. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe hier noch ein paar, ich werde gleich noch ein paar einkleben. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an unsere drei Gewinner, Gewinnerinnen. Ich schreibe euch nochmal separat an und dann brauche ich von euch eure Adresse und dann gehen die drei Alben auf die Reise. Und ja, vielen Dank an alle, die sonst mitgemacht haben. Für euch hat es leider in dem Falle nicht gereicht, aber vielleicht beim nächsten Mal und ansonsten packe ich auch nochmal den Link zu Panini in die Shownotes. Da kann es auch käuflich erworben werden, wenn ihr nicht im Rhein-Main-Gebiet oder in Hessen seid. ansonsten, wie gesagt, die Info von Panini war, dass es auch in fast überall in Hessen in den gängigen Einzelhandelsgegenden zu erwerben ist. So. Right. Und ich würde sagen, damit machen wir den Sack zu und entlassen euch in den Rest der Woche. Sean, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Wenn man mehr von dir hören und auch tatsächlich sehen will, dann habe ich gelernt, man kann das auf YouTube tun, nicht? Ja, kann man machen. Sean David TV, da bespreche ich mit anderen Filmpans Filme der 70er, 80er und 90er Jahre. Ja, nicht nur Filme, sondern auch Fernsehserien. Richtig, alles, was so in den Retro-Bereich fällt, ja. Und ab und zu sieht man mich bei Fußball 2000. Aber Basti, es wird mal wieder Zeit irgendwann, ne? Sag Bescheid, ready when you are. Hervorragend. Und man sollte sich deinen Film anschauen, da. Ach, egal, Egal, egal. Jetzt will ich mehr wissen. Ja, Sean hat einen Film gedreht tatsächlich. Der hat gesagt, ey, es gibt keine 80er Jahre Action-Kampfsportfilme mehr. Dann mache ich einfach selber einen mit den alten Stars. Da kommen auf jeden Fall nostalgische Gefühle auf. Und tatsächlich ein kleiner Cameo-Auftritt von einem Kollegen von mir, liebe Rüße, nochmal. Okay. Ja, danke, Basti. Du hast das jetzt beworben. Ich wollte hier ganz, ganz stilvoll, ohne hier mega viel Werbung zu machen gehen. Ja, der Film heißt The Last Committee. Kann man sich natürlich auch anschauen. Hervorragend. Dann packe ich euch mal auch da den Link zu Sean's YouTube-Kanal in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das da anschauen. Wie gesagt, wir entlassen euch jetzt in den Rest der Woche. Genießt das letzte Heimspiel der Eintracht am kommenden Samstag. In der nächsten Woche wird es sehr wahrscheinlich keine Folge geben, weil ich leider arbeitstechnisch unterwegs bin. Aber stellt euch schon mal drauf ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir in einer der darauffolgenden Wochen unsere große Saisonabschlussfolge machen werden. Und dann wird es auch vom Dominik vorbereitet wieder ein wunderbares Quiz geben. Und dann bin ich gespannt. Da wird wahrscheinlich Marvin uns wieder erzählen, dass er überhaupt nicht gut ist in solchen Themen und überhaupt von nichts Ahnung hat. Und dann ähnlich wie bestimmte Mannschaften am Ende die Bundesliga-Saison abgeschlossen haben, auch mit einem gigantischen Punkte-Vorsprung dieses Quiz gewinnen wird. So wie es halt immer passiert. In diesem Sinne euch eine schöne Restwoche und wir hören uns in einer der kommenden Wochen in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Outro 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 ARD Text im Auftrag von Funk